WTF? WTF? Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Channel. Nachdem euch letztes mal mein AMA3 Special mit den F8 Clips so gut gefallen hat, habe ich mir gedacht ich mache das einfach mal weiterhin so und nehme bei unseren privaten Sessions einfach mal immer wieder mal mit dieser F8 Taste die lustigsten Situationen mit auf. Und diese Clips präsentiere ich euch jetzt. Das ist jetzt alles Tanoa Live geworden, da wir kein altes Live mehr spielen, sondern auf Tanoa Live umgestiegen sind. Aber nichtsdestotrotz ist es deshalb nicht minder lustig. Ich wünsche euch jetzt damit viel Spaß! WTF? Erster Take! Wir könnten bei Möglichkeit vielleicht jemand, wenn jemand so sozial wäre, ein bisschen Geld überweisen, sicherheitshalber, weil ich habe echt gar nichts mehr. Nur so für Essen und Trinken vielleicht. Und ich habe auch noch ein Fahrzeug für dich, also das ist kein Problem. Hast du die Lizenz gekauft? Wow CV, du bist ein Held! Auto zusperren gibt es nicht, gell? Haben Sie mir das Auto geklaut? Bist so ein Held CV. Auto zusperren gibt es dich. Einen Vorteil hat der KPS-Server, keine Blitze. WTF? Hm? Ich sehe wen. Wir sind hier auf Tanoa, hier gibt es medizinisches Heroin auch. Musik lauter jetzt. Ich möchte nicht wissen, was der Beschimpfung... Jetzt hat mir der Doktor... Der Doktor V.Agena... Äh, von Alpes noch empfohlen. Weißt schon, der mit'n Gleitcreme. Der war geil. Wo ist eigentlich der Wendler? Die Verarbeitung... Was, der Wendler? Der Händler! Sag mal, heute hast du es aber auch. Der Wendler! Ich habe jetzt echt der Wendler verstanden! Wo ist denn hier jetzt eigentlich der Wendler? Ich kann nicht mehr! Wo ist denn hier der Wendler? Das ist so lustig, Sebi. Entschuldigung. Gut, haben wir mir die Starterlaubnis erhalten von Cook-Verarbeitung? Wir haben sie. Wir sind Verarbeitung-Tower, ist es nur. Wir haben sie. Verarbeitung-Tower. Ja, ich habe keine Ahnung. Process-Tower. Processing-Tower. So viel zum Thema Englisch, ne? Vorsicht, Vorsicht! Nicht! Jungs! Wir leben noch! Wir leben noch! Wir leben noch! Ähm, Autohufer. Ähm, wir holen hier keine Landegenehmigung beim Drug-Dealer. Sorry. Das muss still und heimlich passieren. Ich frag mich grad, was das für ein geiler Drug-Dealer ist. Der ist ja in dem Fels drin. Jungs? Äh, ich glaub, das ist der Steg da vorne. Jungs, wir sind drissen. Ich sehe da ein... Ah! Sukas hat alle Kamerungen getötet. F8? Na, F11. Ah, genau, 30 Meter. Geh noch mal von mir runter. Ich seh mich ab. Ich hab den Kopf angeblich im... Ähm... Hallo? Hast... Du hast die Seile abgeworfen. So nochmal abseilen. Nein. Ich seh mich nicht ab. Ich hab jetzt mal den Kopf im Rotator... Mal weiter runter. Im Rotator? Im Rotator? Im Rotator! Im Rotator! Das war eines. Echt? Na gut, dann äh... Einer von euch entschuldigt. Ich kann nicht was markiert auf der Karte. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Sag mal, wo fährst du jetzt lang hier? Das ist Offroad-Wagen. Da fährt man Offroad nicht. Ach man, ich tue den mitten... Du bist mein Freund. Du bist mein Freund. Wie war das hier so weg? Wie ist das nicht? Das ist eine Straße unter uns, Mann. Oh, hier geht's eigentlich nicht. Ja, stimmt. Das ist ein Wandererweg hier. Ja, da fahr ich immer, tue ich auch mit Sportnummern. Ah, nicht so schlimm. Ja, ich muss noch kurz drüber. Zu meiner Tante. Der guten Morgen wünscht. Ja, genau. Und jetzt sagen wir die Kaffeemaschine. Uh, funktioniert. Da war ja einer. Uh! Uh! So, warte mal kurz. Ich geh mal auf dem Passagiersitz. Good job, Siri. Äh, geil, du bist bei mir jetzt... Du bist jetzt auf der Fahndungsliste wegen Mord. Wenn du ihn, äh, dingst, wenn ich jetzt als Polizist draufkomme, krieg ich Geld für dich. Ist der... Äh, ich hab... Warte, hier wird der ganz schön... Hier wird der ganz schön eng. Wo gehst du weiter? Ach, da. Ich find's einfach schon... Ich find's ja schon geil, wie... Wie der eigentlich... Dieser einzige Spieler da vorne, äh... Ich weiß nicht, wer von euch beiden das ist. Da einfach so mittendrin rumstehen. Wir fahren hier durch, überall drin. Der kriegt die ganze... Die Äste voll im Gesicht. Aber... Ne. Genau. Ja, und ne Spack, der noch so hoch. Dippe. Ich find's lustig, dass sein Oberkörper sich bewegt und die Physischen stehen dann. Was? Oh, da ist sogar jemand. Essen dich. Ich hab auf den Geschossen. Ich dachte, das wär kein Gott. Überfall. Scheiß. Was? Oh, der hat eine AK. Ja. Ich will die AK. Ich will die AK. Ist der überhaupt, äh... Der ist gar nicht so stark. Ich will die Unterhose. Ich will die Unterhose. Ich will die Unterhose. F8. 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 Wer sind sie da? Replay hat, ich liebe es. Die Unterhose ist aber auch noch frisch. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Der hat 1500 Euro diesen Server denächt. Der wird nie gebannt. Der macht auch so oft RDM. Deswegen will ich mal ein bisschen weg von dem. Ach, ist das Sayonara gewesen oder was? So, ich hab mir jetzt nochmal die Scheiße gekauft. So, das kann ich auch machen. So, es gibt eine AK für 140.000. Ja, ich bin wirklich. Die... Die AK. Kauf doch die AK. AK, genau. Ihr könntet aber natürlich auch... Ja, gib mir das Geld. Gib mir das Geld. Stopp. Das sind 165.000. Wartet. Ne Katiba. 125.000. Ihr könntet natürlich auch eine THG für 50.000. Die schließt auch. Und bringt auch Leute um. Die schießt auch. Aber sie schießt auch. Ne, ich will ne AK. Ne AK. What the fuck? Was war das denn? Wer hat denn hier denn Delfins? Das tut dann. Klingt auch zu sein gut. Das ist glaube nie. Das ist so farf. Das ist northe Käztiefer. Was wäre das nicht klart? Wof? es wird die verbreiten das sollte geben da soll ich nicht sagen wo ich hinfahre da ist doch was na da ist ein Baum die Drehmach vorwärts geht ihm alles besser dieses Auto ist hoffentlich so unkaputtbar ist auch unkaputtbar mann es ist der kann alles alle einmal raus merken nie ohne neidfischen ey ich hab neidfischen ja ja aber ich hätte gerne heilige scheiße wo ist das Auto hin und da so viel zum unkaputtbaren Jeep ja ich meine es ist ja ich werde väg dir der kann der kann sch Vielen Dank.